Hallo. Einfach hinein. Hallihallo. Ja. Digant Elfpein Coaster. Bekanntes Prinzip. Nach vorne drücken zum Gas geben, nach hinten zum Bremsen. Kann man nichts verkehrt machen. Nee. Und man kann auch nicht rausfallen. Manche schaffen das. Rausfallen glaube ich nicht. Ganz zurück nochmal. Ja genau. Und doch nicht nach oben raus. Sonst haben wir keine Chance. Soviel zum Thema, man kann nichts falsch machen. Also ich bin nicht in den Schneider. Haha. So. Einmal ganz kurz antesten. Ja. Sind die wohl schon weit genug weg, dass ich ungebremst durchfahren kann. Gut. Und los geht's. Und schön runter damit. Genau. Gut. Los geht's. Genau. Auch dasselbe bei Ihnen. Einmal hier. Ja. Hallo. Du konntest. Und Tag hat hier. Und! Ja. 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 Wirklich. Ja. Ja. Nioh! So, gegen Ende wird man automatisch abgebremst, kommt dann hier auf so ein Förderband. Und wird dann gleich vermutlich vollautomatisch den Lift übergezogen. So, gegen Ende wird man automatisch abgebremst, kommt dann hier auf so ein Schlag. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.